hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge retro blind super mario world 2 yoshi island wir sind in der welt vier angekommen und werden mal schauen wie wir bei den ersten beiden leveln durchkommen so kann ich die cooper linge mich würde interessieren ob ich ihn kann ich okay oder schon mal geklärt und ja die spawn genauso weit genauso schnell wieder wenn sie nicht sterben wie bei super mario world 1 was ist das für ein geräusch ok ich habe gedacht hier wäre irgendwas oben drauf anscheinend nicht was ist das für ein geräusch ach was ist denn für einer hier meine güte auf einmal steht das wieder so ja ciao da war ich mit dem gedanken vielleicht ein bisschen woanders schwierig in meiner abkürzung haben sie gesagt es wird gut so ja so 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 noch einmal weg hier aber ich hab die doch ach weißt du was dann hab mich gern da so jetzt mal gucken dass wir nicht wieder das baby geklaut kriegen hier ach komm schon echt jetzt euer ernst euer ernst nein wir ringen uns nicht auf alles cool wir haben ja noch ein leben läuft heute wieder manchmal auch welche ab rückwärts ich würde sagen wir essen zeitig oh nein kommt schon nein kommt schon ja 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 ich denke damit waren wir am besten ach komm schon so jetzt sind wir direkt hinter der pflanze oder ich dachte schon ja 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 das ist doch so geil Also man könnte meinen, es ist ein drogenfährliches Spiel, oder? Oh, natürlich. Das Leben war wichtig. Oh, kommt schon. Hm, hm, hm. Okay. Da war ich aber schnell wieder nüchtern, ne? So, ich glaube, hier haben wir gleich einen Einsatz für den... Nicht Hamster, äh, für den Super Mario, Super Baby Mario Dings. So, den werden wir uns jetzt hier mal snacken lassen. Mal gucken, wie weit wir hier kommen. Wollen wir sein Auftrag hier? Geh, geh weg. Verschwinde. So. Easy. Na ja, kein Bonus-Level, aber immerhin. Das wird übrigens die letzte Folge sein dieses Jahr. Ich hoffe, ihr hattet ein erholsames Weihnachtsfest. Und habt alle Vorbereitungen getroffen für Silvester. Und habt alle Vorbereitungen getroffen für Silvester. So, da kommt noch einer raus. Okay. Ich geh erstmal da rein, geh mal gucken, wo's da hingeht. Okay. Schade. 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 Ich bin jetzt hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin mal gespannt, was hier noch so schönes kommt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Bonuslevel in dem Bonuslevel? Okay, I'm yours. Ich bin mal gespannt, was hier noch so schön ist. Ich glaube, das fand ich wichtiger. Oh, Glück gehabt. Na komm, du jetzt hier. Oh, diese Level, die sind so groß. Das ist der Hammer. Also ich bin ja echt, ich bin das immer noch, das ist immer noch faszinierend. Ich weiß mal nicht, wie viele da jetzt tendenziell sowieso zugehört haben von den Zwischensachen, die wir jetzt gemacht haben. Aber ein bisschen was wird dir ja schon noch zugehören, ne? Also was noch separat war. Von daher... Sollen wir überlegen, wie viele Parallelwelten dann oder im Game Design, wie viel da damals berücksichtigt worden ist. In dem Baujahr, oder in dem Programmierjahr-Baujahr, ist auch gut. Okay, wir müssen da runter. Ah, das haben wir nämlich gedacht, dass da nicht einfach so ist. Ne. Okay. 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 Oh, zwei fehlen. Beim nächsten Mal starten wir mit dem blauen Yoshi. 76. Also wenn wir irgendwo mal ein Retro-Blind-Ultimate machen. Wo wir überall 100% schaffen müssen. In den ganzen Retro-Blind-Spielen. So. Ja, wir starten nächste Folge mit einem blauen. Passend zum Motto. Wir haben heute den 31.12. Wir schließen das Jahr 2022. Ich bedanke mich für euren Support. Für euer Interesse an den Projekten, die wir hier durchführen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Jahr wieder. Bis dahin, kommt gut rein. Behaltet alle Finger. Knallt trotzdem schön. Und dann bis später mal. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.